Ich werde euch heute einen Zaubertrick zeigen. In der mittleren Schachtel ist es drei Schaltzeilen, die links und rechts sind keine mehr drin. Du musst einfach nur merken, wo die mittlere Schachtel ist. Oh, das ist gar kein, das ist schade. Also versuch es doch noch einmal. Okay. Okay, jetzt mische ich noch einmal. Du musst einfach nur merken, wie in der Mitte ist. Oder auch so. Schade. Schade, da ist auch aber keiner mehr drin. Okay. In der ersten von links und rechts, da sind keine drin. In der Mitte sind auch keine drin. Und ja. Tschüss, Streicher-Schachtel. Hallo liebe Leute, jetzt kommen wir zur Erklärung. Du musst vier Streicher-Schachtel, drei leere und eine volle und ein Gummiband. Das Gummiband zieht dir um das Handgelenk. Und die volle Streicher-Schachtel macht ihr zu und klemmt es zwischen Gummi und Arm. Dann krempelt ihr euer Pullover runter. Chor mode? Und das ist die Frage. Check, die Bauch-Schachtel.